Die Rezitation beginnt ja oft mit Alif, Lam, Mim oder Nun. Warum ist das so? Gibt es einen Unterschied? Das sind Al-Huruf, Al-Muqaddah, wie die Gelehrten das nennen. Das sind die abgetrennten Buchstaben. Was jetzt der tatsächliche Beweis für diese Buchstaben sind, das können wir dir nicht genau sagen. Es gibt über elf beziehungsweise zwölf Ansichten der Gelehrten diesbezüglich und das Beste, was gesagt wurde, ist, dass sie ein Geheimnis von Allah Azzawajal sind. Ohne Zweifel haben diese abgetrennten Buchstaben, wie wenn Allah Azzawajal sagt, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ya'ayun, Sod, Alif, Lam, Mim, Sod und so weiter und so fort. Diese abgetrennten Buchstaben, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese verlesen hat, auf die Götzendiener, was ist passiert? Sie waren erstaubt. Es hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Das heißt, was will er von uns? Was kommt er uns mit diesen Buchstaben? Manche Gelehrte sagen, dass Allah Azzawajal den Mikanern beweisen wollte, dass mit diesen abgetrennten Buchstaben Allah einen ganzen Koran verfasst hat, was niemand seinesgleichen erfassen kann.